Hallo Freunde, heute gibt es einen Flammkuchen und zwar einen Elsässer Flammkuchen. Der hat übrigens seinen Namen daher, dass die Bäcker früher mit diesem Teig getestet haben, ob der Ofen heiß genug ist oder zu heiß, bevor sie ihre Brote darin gebackt haben, Bugen, Backten, wie auch immer. Jedenfalls habe ich einen Elsässer Flammkuchen gemacht ohne Hefe. Scheint wohl irgendwo im Elsass so zu sein, dass man da keine Hefe nimmt. Und was ich da gemacht habe und wie klassisch es für euch erscheint, ja, das seht ihr jetzt. Achso, hört mal. Ja, so hört sich ein Flammkuchen an, wenn er aufgeschnitten wird. Okay, also, Spaß beiseite, jetzt geht's los. Hier die Zutaten für unseren Flammkuchen sind Mehl, Wasser und Öl für den Teig. Und als Aufstrich nehmen ich hier Creme Fraiche und klassischerweise Zwiebeln und Schinken. Und natürlich brauchen wir auch Salz und Pfeffer. Und um den Teig richtig kross zu kriegen, also auch von der Unterseite, benutze ich hier einen Pizzastein. Der kommt gleich in den Ofen und wird mit ihm zusammen vorgeheizt. Beginnen werden wir mit dem Teig anrühren. Und dazu geben wir hier uns erst mal etwas Salz ins Mehl. So etwa einen halben Teelöffel. Jetzt kommt das Öl dazu. Sollte neutrales Öl sein, also kein Olivenöl. Und vom Wasser, ja, erst mal so die Hälfte. Okay. Okay. Hälfte. Und jetzt verkneten wir das Ganze. Nehmen jetzt hier ein Würf. Und wenn sich der Teig dann vom Rand unserer Schüssel löst, dann geht es jetzt mit der Hand weiter. Dazu bestäuben wir uns unsere Unterlage zuerst mit etwas Mehl. Nehmen den Teig jetzt hier heraus. Und kneten ihn noch etwas durch. Die Gretchenfrage ist mit Hefe, ohne Hefe. Ich habe mir sagen lassen, es ist ein Original Flammkuchen aus dem Elsass, ohne Hefe. So, jetzt formen wir uns hier eine Kugel, geben sie zurück in unsere Schüssel, decken diese ab und lassen den Teig jetzt für, ja, wenigstens 30 Minuten ruhen. Ja, Schmand oder Creme Fraiche. Beides ist legitim. Im Original ist es wirklich Schmand, der da reinkommt oder draufkommt, vielmehr. Mit Salz und Pfeffer. Etwas abgeschmeckt. Und je nachdem, was für Speck verwendet wird. Bei mir ist das ja nur leicht geräucherter Frühstücksspeck. Da ist es schon gut, wenn man hier noch etwas Salz ran gibt. Das Ganze verrühre ich jetzt und stelle es erstmal beiseite. Die Zwiebel habe ich geschält. Die wird jetzt hier halbiert und in feine Halbringe geschnitten. Und kommt jetzt hier erstmal in eine Schüssel. Ein bisschen auseinanderziehen, die einzelnen Ringe. Auch erstmal wieder beiseite. Und jetzt nehmen wir uns den Frühstücksspeck und schneiden ihn jetzt hier in Streifen. So, die Hälfte sollte mir ausreichen. So, Speck ebenfalls. So, Speck ebenfalls in eine Schüssel und erstmal wieder beiseite. Nach einer halben Stunde mehle ich wieder meine Arbeitsfläche ein. In der Zwischenzeit habe ich meinen Ofen vorgeheizt. Und zwar mit dem Pizzastein zusammen. 250 Grad um Luft. Also, wenn man so will, volle Möhre. So, jetzt teile ich den hier, gebe die andere Hälfte hier wieder hinein in unsere Schüssel. So, die Hälfte des Teiges werde ich jetzt hier mit Hilfe eines Nudelholzes so dünn wie möglich ausrollen. Wenn der Teig sich da ab und zu zurückzieht, dann ist das auch normal. Da muss man dann eben halt etwas öfter drüber oder noch eine Weile wieder warten, bis sich der Teig wieder entspannt hat. Je dünner der Teig wird, desto knuspriger wird er. Und das ist ja das, was wir schlussendlich wollen. So, und da ich den Teig nicht auf Backpapier nehme, sondern hier auf meinen Pizzaschieber schneide ich mir ihn jetzt hier etwas zurecht. So in etwa auf die Größe, damit wir das Teil nachher auch wunderschön in den Ofen kriegen. Jetzt rollen wir uns den auf unser Nudelholz, nehmen diesen Pizzaschieber und mehlen ihn auch gut ein. Und drehen den Teig hier wieder ab, zupfen ihn hier etwas gerade. Ja, wer das Ganze hier vielleicht etwas umständlich findet, es hat den Vorteil, dass unser Teig wunderschön auf den Pizzastein kommt und kein Backpapier zwischen und auch kein Blech, was man auch nehmen kann. Aber ich habe eben, ja, mich für diese Variante entschieden. Jetzt habe ich das Creme Fraiche-Gemisch, Salz, Pfeffer, Creme Fraiche, hier drauf verteilt. Und jetzt kommen unsere Zwiebeln drauf und unser Speck. Manche machen sich hier auch noch Käse drüber, aber ich finde, wenn wir dann schon im Elsass sind, da macht man kein Käse drüber. Sonst würden wir uns allmählich einer Pizza nähern. Das Ganze schiebe ich jetzt in den Ofen und ich denke mal bei 250 Grad auf dem Pizzastein vielleicht 10 Minuten, aber ich werde das im Auge behalten. Nochmal einen Test. So, und nach 12 Minuten kommt unser Flammkuchen hier wieder raus. Und ich gebe jetzt hier etwas Schnittlauch drauf. Macht man im Original übrigens nicht, aber ich finde das gut. Und fertig ist mein Elsässer Flammkuchen. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Werde ihn auch gleich anschneiden, aber vorher noch schönen Dank fürs Zuschauen. Schönen Dank für einen netten Kommentar und möglicherweise auch einen Daumen nach oben. und wer noch kein Abo hat, na klar, abschließen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020